Yo Leute, guckt mal! Wie toll ich mich hier filmen kann. Bei Stift war das so ein bisschen im Arsch, dass das nicht geht oder so. Ich kann hier Strulli machen. Ich mach jetzt Strulli in diesem Auto. Ach, ich kann das ja noch ausklappen. Ich bin ja clever. Guckt mal Leute, wie ich hier Strulli machen kann. Warte. Ja guck. Jetzt hab ich dich wieder angelegt. Ey Leute, ihr seid doch voll noch in der Schule, oder? Ich geb euch jetzt voll mal den Tipp. Ihr geht in der Schule zu eurem Klassenkameraden, zu dem ihr geht. Neben dem ihr sitzt und dann flüstert ihr ihm ganz erotisch französische Worte. Moment, ich demonstriere das mal. Demonstrage. Demonstrage vor allem. Du bist so scheiße. Mit ganz viel Bass in der Stimme. Engagement. Ist hier irgendwo das Mic dran? Kann ich dir was unterricht? Mach mal Engagement da rein. Hommage. Hommage. Das macht ihr im Unterricht. Etablissement. Fromage. Fromage. Ist geil, oder? Oder Leute, sagt mal, ist das geil? Da könnt ihr voll eure Mitschüler pranken. Übelst geil, oder? Warte, lass mich auch noch was sagen. Wie hieß sie? Ach ja doch. Wir waren ja in Paris auf der Champs-Élysées. So. Könnt ihr euch jetzt pranken, Leute. Naturäufel. Ist geil, oder? Ich seh übrigens ein bisschen aus wie dieser eine hässliche von Julien, der nicht weitergekommen ist. Julien, du nur kleiner. Ja, du kleiner. Ja, du kleiner. Schlecher. Ne, der eine, der eine, ein guter, ein guter. Wo Julien meinte, aber... Ah, Perplex. Du bist genauso hässlich. Ja, stimmt. Perplex. Julien, das ist eine Ansage! Ey, sagt ihr das, Uwe? Nö, ich hab das jetzt gemeint. Jojojo. Frumal. Frumal.